Willkommen zurück bei The Forest Jetzt schlafen wir erstmal Ah genau mit Skuld, Entschuldigung, das habe ich total vergessen Dass ich dich jetzt mitmoderiere So Ich glaube, wie viele Leute wissen langsam, dass ich dabei bin Glaubt, meinst du? Ich glaube, du fällst gar nicht auf in dem Let's Play Weil du einfach nur scheiße bist Die sterben Ach, ich habe Hunger Ich habe keine Sticks, ey Alter, die Mausempfindlichkeit ist gerade voll heftig Brauchst du eigentlich immer noch Pfeile? Ähm Weil in dem Korps sind noch zwei Pfeile Ich hau jetzt mal was auf den Grill Ja, ich auch Ich hau mir einen Fisch rein, okay? Ich hau mir einen Meat Der Fisch ist, glaube ich, fertig, wenn du es richtig so Der war nicht mehr gut Hast du gehört, da waren noch zwei Pfeile drin, falls du welche brauchst Ja, ich habe Ja genau, ich brauche welche Hä, das waren mal meine Glaub ich Genau, hast du mal welche reingetan? So, ein bisschen was trinken Wir haben angegriffen Ja, das war ein Problem Ja Und jetzt deswegen müssen wir leider Gottes euch sagen Alter, diese Wand nervt mich so dermaßen Ich denke, die ganze Da ist dieses Tor Ähm, ich lass mal offen, ne Für Fluchtmöglichkeiten für uns Jo, passt Ne, ich würde sagen, wir Ich mach jetzt noch mal ne Fure oder so Und dann, hm Und dann wollen wir es einfach mal rand voll machen Dann wahrscheinlich kommen wir wieder nicht dazu, wenn es uns angreifen, ne? Ja wahrscheinlich nicht Ich sehe es eigentlich schon wieder kommen, dass diese Folge genauso wie die letzten 100 Folgen Moment, ich mag mal schnell was nachgucken Da ist ein Totem, das mach ich gleich kaputt Ach, es brennt immer noch, es brennt immer noch Das FG Ich glaub das passt so, ich glaub das brennt durchgängig Das wär nice Das wär richtig Hamburg Weil dann könnte man auch, äh Haben wir, wird's schon mal ausleuchten Das ist Hamburg cool Ne, bei mir Ab ne gewissen Empfehlung verschwindet das bei mir Das ist, ne, mal schauen, wie das in der Nacht dann ausschaut Drei Köpfe noch und dann wär nochmal eins fertig Ein kleines, oder? Lol, wann hier Hä? Was? Wann sind die hier Koffer? Versteh ich nicht, so weit bin ich doch jetzt gar nicht gelaufen Heftig Bei dir sind alles so Koffer Will ich mir nicht entgehen lassen Oh, Mann Oh, da sind wir schon wieder Lauf auf dich zu Was auf mich? Alles Lol, ich lauf bei dem einfach vorbei und er merkt Ich, dann nehm ich lieber mal mit einer richtig gescheite Waffe Wo bist du denn jetzt hin? Snacks und Kleidung Snacks und Kleidung Ich ess mal den Snack Hey, das ist echt voll Snack Uah Da wird ein Lissert Ja, bei mir war auch gerade ein Lissert, aber bei mir ist auch Scheiße, wo ist der Lissert? Da ist ein zweites Lisserts Oh Das sind drei Lisserts Das sind drei Lisserts Scheiße, warum kommen wir jetzt gerade die eingeborenen Lisserts Das sind aber genau die drei die brauchen Boah Die drei die brauchen Alter, jetzt, 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 jetzt Jetzt chill doch mal Meine Rüstung ist wieder Glaube ich gleich kaputt Alter Ich treffe die nicht Hä, wo ist der hin? Hä, mich bescheuert Heftig, Mann Jetzt Doch, da ist ein Lisserts Das kann doch nicht sein Immer wenn ich einen Lissert verfolge, kommt irgendeiner aus dem Busch gesprungen, Mann Meine Fresse Und da kommt der nächste, es kann doch nicht sein Sorry, dass ich gerade so laut werde, aber das nervt mich gerade ein bisschen Weil einmal finde ich Lisserts Ich suche die letzten drei Folgen habe ich Lisserts gesucht Und dann finde ich die mal Wo, heftig Finde ich die mal Und dann kommen immer diese blöden Basten Schaffst du's? Ja, den mach ich schon Gut, auf jetzt zurück Alter, der, der lässt sich nicht treffen Ich weiß nicht warum Wo ist der jetzt hin? Meine Fresse Ich krieg den nicht Du bist gerade leicht genervt Meine Fresse Jetzt ist er tot So, meine Lisserts sind wieder weg Mann Sorry Leute Also in letzter Zeit sind wir aber echt aggressiv Ich weiß auch nicht wieso Ich nehme mal eine Leiche mit Ich habe nicht einen Lissert bekommen Weißt du, da bin ich an einer Stelle mal Wo es so richtig schön viele Lisserts gibt Und dann hören die nicht auf zu spawnen Sag ich mal Nicht mehr normal so was Ja, die wollen schon sehr aggressiv Also, ne? Irgendwas kann man Achso So So Warte, ich häng mal ein bisschen Fleisch auf Aber ich hab voll viel Fleisch im Inventar Ja Bestimmt, ich hab eigentlich erstmal viel Fleisch Ich hängs auch mal hin Und ich tue mal ein ganzes Fell, was ich hab mal auch hin Ja, mach das mal Aber ich kann überhaupt kein Lisserts-Skins mehr Ja, ich hab ein bisschen Reh und Hasen-Skin Habe ich da hängen Das ist ja alles voll hier Ich kann nichts mehr dranhängen Reh 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 Da tue ich jetzt schnell Haseln Hase 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 Weh, ich geh da raus und sehe einen Lissert Und dann kommen sie wieder aus der Ecke gesprungen Alter Dann, dann drück ich das Alt F4 Ich sag's dir Haha Nein Naja Sicher war das in diese Richtung Achja, hier war er Hier sind die Koffer noch zu Zwei Stück Ein Medic Das ist gut Hier ist ein Cache Und dann wo sind die scheiß Lizards Ich nehme jetzt den Bogen in die Hand Und wehe ja jetzt kommt irgendein Spast von Eingeborener Nein Hä? Ich nehme alles zurück Die verschwinden wieder Die FFGs Alles weg Es verbrennt einfach das Teil Komplett weg, oder? Ja Es liegen ein paar Knochen und Steine Aber es ist komplett abgebrannt Alter, was für ein Scheiß Das ist ja ein Witz Nein Nee Ja, wir können die aufbauen und nicht anzünden Einfach so, weil's schön aussieht Ja Und das sollen wir's gleich ganz lassen Ja, stellen wir's einfach hin Die werden aggressiver, werden dadurch halt nicht mehr abgeschreckt Aber, wenn's erwischt Weil die werden ja trotzdem aggressiver dadurch Und das wollen wir eigentlich schlussendlich eigentlich auch damit erreichen Haben wir das schon, haben wir das den Zuschauern eigentlich schon mal gesagt, warum wir wollen, dass die aggressiver werden? Ja Ja Denk ich schon, oder? Weiß es nicht Nachdem wir ja jetzt das eigentlich durchgespielt haben, sagen wir mal, das Video haben wir das, glaube ich, erklärt, oder? Ich, okay Ich weiß es nicht, ich glaub schon Ja Müsst du's eigentlich einfach gemacht haben Ich hab hier ne Pflanze, ich schmeiß einfach direkt hierher Lass'n Lüster direkt Okay, warte, den hole ich mir, den hole ich mir Wo ist er? Da, ich seh'n Sehr schön Richtig nice Ist er irgendwo beim Pfeil? Juhu, ich hab'n Pfeil wieder Ne Lizzards kann man echt ganz gut eigentlich, aber Die Lizzards sind ziemlich Leicht eigentlich zu fangen Glück Ja, aber die haben wir ziemlich selten hier Guck, hier hab' ich ne Leiche Die zerhack ich schnell Oh, pass Das ist ja ein Scheiß, wenn man die anzündet, das ist so ein Witz, dass sie direkt kaputt gehen nach paar Tagen Zwar nicht mal paar Tage, sondern eine Nacht Das ist ja ein Witz War wirklich nicht lange Ich glaub das ist Sowieso so Zehn Stunden Arbeit oder so, damit du die scheiß Lol, ich hab'n Hasen mit erwischt Als ich die Leiche zerhackt habe Da ist ein Hase reingerannt Lustig Ja, Mann Achso, aber wahrscheinlich werden die dann halt für eine Nacht abgestreckt, sei ich mal, aber dann... War's das auch schon Toll Den schlafe ich lieber in der Nacht Naja... Ja, eigentlich schon Und das stimmt komplett weg Dann abbrennt, dann stehen dann noch so paar Knochen und Steine rum Das war's dann So, mein Scheiß Trick Boah, wieso haben wir jetzt groß angezündet, das haben wir beim Kleinen ausprobiert Ja, das stimmt Es hat ja Ewigkeiten gedauert, bis wir das jetzt zusammen gehabt haben Naja Wurscht Achso, Inventar Hä, ich häng hier irgendwie Ich komm nicht mehr ins... Ach, jetzt, ja Ähm, was wollte ich nehmen? Mal den Speer Und wenn du hier rein rennst, kommen ab und zu mal Lizards entgegen Ja, stimmt, ja So, geradewegs rein kommen ein paar Lizards Also, das musst du uns merken So, hier ungefähr, ne Bei den Koffern, genau Hier waren ein paar Lizards Wenden jetzt, finde ich keine mehr Jetzt, wo keine Eingeborene da sind Lol, die Koffer sind schon wieder zu, Alter Wie schnell gehen die denn zu? Das ist ja mal mega heftig Also, ich würde es verstehen, wenn sie mal Wenn man neu lädt oder so, dass die Koffer wieder zu sind Also, wenn man das Spiel neu startet oder Bist du nochmal was drunter los? Ja, die sind alle zu, ich hab wieder alle aufgemacht Okay, das sollst du mir jetzt nicht hingehen Heftig Wo sind die Koffer? Hier, da Hm? Hier Achso, cool Medizin Ich weiß, ich kann keine Medizin mehr mitnehmen Weil die sind natürlich keine einzigen Keine Lizards da Das ist nicht dein Ernst Nex braucht keine So Da ist noch einer zu Batterien! Ja, jetzt finde ich mal Batterien ganz komisch Ja gut, aber so oft brauchst du Batterien auch wieder nicht Ja gut, beim Tauchen die Taschenlampe Ja, das stimmt, aber die Tauchen hier sind es oft Ach, hier bin ich wieder bei dem einen Lager Da ist auch wieder alles da Das Cache Das Cache braucht auch kein Mensch glaube ich Hier sind auch noch Die Koffer sind offen Hä lol Da ist ein Reh Aua, richtig schön geworfen Richtig schön Gut, kann keiner mehr mitnehmen So, ich mach jetzt glaube ich seit drei Folgen das gleiche Ja, wir müssen langsam wieder ein bisschen was anderes machen Das ist echt heftig Das ist schon voll langweilig Ich sehe schon eigentlich wie ich wieder Probleme habe diese Folgen zu nennen Drei mal hintereinander das gleiche Jagen Teil 1 Ihr wisst gar nicht wie schwer das ist für Videos ein Tüttel Irgendwie zu kriegen Jagen Teil 1 Jagen Teil 2 Jagen Teil 3 Das ist wirklich so, also Extrem schwer Wie ich da manchmal 10 Stunden davor hänge und mir das Video so immer Stück für Stück nochmal angucke Und dann denke ich mir immer Wie nenne ich das jetzt? Ach man wie nenne ich das Interessanter Titel Man darf aber auch nicht lügen Ja, Lügen ist scheiße Interessanter Titel soll es sein Alter hier, wie viel effekt ist das Heftig man Wie tot denn sind sie? Ich habe gerade keine Zeit für dich Ich muss mal kurz auflegen Bin gleich bei dir Waffe Alleine sind die Giftigen Das sind auch Giftige glaube ich Ich finde es ganz gut, dass man 10 automatisch Ansammelt Ganz nett Ja das ist ganz gut Ja das ist ganz gut Manchmal kannst du die aber auch zu einzeln nehmen Ja Aber wenn man drüber läuft und die automatischer Erstmal wieder zu hackstückeln Lissards gibt es aber nicht gerade viele Redelation Ich such gerade echt voll nach Lissards Aber ich glaube dann wenn du noch Lissards suchst Findest du keine, ne? Ja das ist immer so Dann wenn du einfach mal irgendwo hinläufst oder ein bisschen eilig hast du es Mal wie du angegriffen wirst, laufen die alle entgegen Mach mal eine Axt mal wieder bisschen schön sauber machen Oh mein Ausdauer geht mal wieder voll flöten irgendwie Oh da ist Aloe Vera sehr schön Aloe Vera ist irgendwie ziemlich selten Ähm Ach so geht deine Ausdauer wieder flöten Wenn ich ganz seit Bäume fälle Und kämpfe Ach ich bin gerade beim Segelboot Vielleicht da ist eine offene Wiese Die waren doch Lissards waren doch relativ oft auf Offener Fläche, ne? Ah Ich habe einen Reh Oh Fiedermal Ah naja Hm Hä? Sag mal bei dem Segelboot hatten wir das Grab doch schon angeguckt oder? Ja haben wir Weil ich bin da gerade wieder und ich konnte es wieder nehmen Hm okay Das Bild Ja da liegen ja irgendwie mehrere Bilder oder? Ja aber wieso konnte ich das Bild wieder einfach so nehmen und es hat wieder das Geräusch gemacht, dass ich ein Story Element gefunden habe Das gibt irgendwie keinen Sinn Mal nur so Ja es ist halt noch ne Alpha Ja es ist halt noch ne Alpha Oder Die speichert die Story Elemente nicht Das wird blöd Ah äh Shikori Ich laufe mal in Richtung nach Hause wieder Shikori Coneflower Ah genau Energy Mix und jetzt noch Aloe Vera Genau Aber man kann doch irgendwie relativ wenig Pflanzen mitnehmen Von eben, das hat 10 Stück ist ein bisschen wenig irgendwie Also ich laufe jetzt ganz schön viel umeinander ne und jetzt greifen wir nämlich nicht mehr an Jetzt kommen mir nicht mal welche entgegen oder so Ähm ich hab's verschrien Ach Eins, zwei, drei, vier Stolzieren da Einfach um eine Hand Scheiße wie komm ich denn da jetzt zurück Ohne angegriffen zu werden Ich versuche mal außenrum zu schleichen Ja es ist blöd ich will jetzt nicht gegen die kämpfen weil ich hab gar keine Rüstung Ach jetzt hab ich lieber Ziemlich wenig Ausdauer Ach die greifen dich jetzt an Ah schön okay Was? Bin ich zufrieden Gut sollen sie kommen Ja ja Zumindest einer Die anderen schleichen dann nochmal Ach die anderen drei die gehen ganz normal Getschuld einfach weg Hast du den einen? Lass dich an Ja ne Ja ich sehe kein Komisch irgendwo ist dahin gerannt Vielleicht hat er auch ein Listert gesehen Also eine Fuhre noch und da wäre wieder eigentlich so gut wie alles voll Und ich hab ziemlich wenig gejagt weil ich irgendwie nichts finde Ein paar Hasen Oh Gott jetzt hab ich meine Maus verschmissen Also ich hab zwei Listerts und ein Reh War eigentlich alle Lass los Ich glaub das Jagen an und für sich das ist fast gar nicht machbar Das muss man eigentlich so nebenbei irgendwie machen Ja also wenn du richtig jagen gehen willst da kommt nichts Es ist fast unmöglich Das bei mir ist ne ganze Erdrehe und so Echt und bei mir kommt einfach nichts gar nichts Ich hab jetzt hin und wieder vielleicht mal nen Hase vorbeigehoppelt Aber so schnell hab ich mit nem Bogen gar nicht ausgerüstet dann Zumindest dann wenn ich auf ihn ziel hoppt er wieder weg Ja schnell tasten Es braucht unbedingt in dem Spiel Oh Ich bin jetzt echt einmal fett im Wald entlang gelaufen Dahinter ist das Dahinter ist das ein Reh Gewesen So ein Spahn von da komm ich doch gerade Ja findet ihr das grad weggelaufen Passt schon Oh ne ich hörste schon Ja ich auch Oh Gott drei Stück Uaaaaaah schnell Ah nein So schnell bin ich nicht Loll die haben Loll Guck mal die machen sich nieder die fertig Oh Gott Ah haha ok Reh jetzt Hast du leid aufs Geschissen Loll wie ist bin ich schon wieder hier alter wie schnell ich plötzlich Wie bin ich nur hierher gekommen Uh Und noch ein Reh Hm hm Haben die sich jetzt Hm Naja Ja, das ist ein Reh. Bitte bewegt dich nicht. Bitte bewegt dich nicht. Jetzt habe ich diesen blöden Bug. Dass er... Jetzt. Ja, ich habe das Reh. Juhu. Und es wird Nacht. Und die Folge ist schon fast zu Ende. Hast du Hunger? Weil irgendwie im Lagerfeuer ist noch was. Ja, ich habe schon Hunger. Aber ich mache schnell eine Leiche. Ich mache ein FFG fertig. Okay. Gut. Und dann komme ich. Ich muss den schnell... Ach, so warten. Jetzt schiebe ich das Zeug noch schnell rein. Hä? Hä? Hä, auf was haue ich denn? Ein Kopf fehlt mir da. Na ja, ich... Die Lockholder an Land sind voll. Das Floß müssten wir halt dann noch machen, aber ansonsten... Nein, ich habe ein Bein zu viel. Warte, ich komme. Oder kannst du das irgendwie... ...weckern ist... Nee, hier ist nichts. Ich würde auch gerne die Leiche mitnehmen. Da liegt ein Bein und in der Leiche. Ja. Ich nehme mal beides mit. Hä? Hast du gerade... Hast du gerade eine Leiche im... Ja, ich habe gerade eine Leiche mitgenommen. Ich auch. Ich habe die auch. Siehst du die auch bei mir? Ja, ich sehe sie bei dir. Lol. Aber ich glaube, die einen despawnen dann wieder. Ey, und du hast wieder Beine und so drauf, bei deiner Leiche. Wau mal. Schmeiß mal hin, deine Leiche. Guck, wenn ich so ein bisschen leg. Leg du mal auch deine hin. Ja, ich habe es gerade gemacht, dann dies bei deiner. Ja. Dann hau sie rein. Hm, lecker. Ich mache mal zu, okay? Jo, passt. Hast du das auch gerade gehört, ihr Schrei? Nee. Schade, weil mir schreie ich gerade voll heftig, Alter. Die übertönen sogar, wenn ich selber rede, Mann. Boah, das ist echt widerlich. Mayday, Mayday, Mayday. Alter, das gibt gar nichts, Alter. Schrei nicht so, da muss ich selber voll schreien, sonst höre ich mich selber nicht mehr. Heftig, Mann. Hinten schuldig. Ah ja, wir müssen unbedingt die Folge berenden. Unbedingt? Echt so schlimm? Unbedingt, der ist langsam vielleicht. Ich speichere es einfach mal. Ich bin eigentlich gespannt, wenn man den Schwierigkeitsgrad auf schwerstellt, ob da einfach nur die Gegner mehr aushalten, ob das auch der Mehrwerten und ob beides und ob dann auch weniger Tiere, weniger Pflanzen. Hey. Ich brauche noch einen Thumbnail für einen Scheiß. Das ist echt mal interessant eigentlich. Ob, sag ich mal, nur die Eingeborenen schwerer werden oder auch ob das Überleben an sich schwerer wird. Ich glaube, ich nehme den Mond als Thumbnail. Ja, ich weiß nicht. Welcher Wohnen? Ich habe sogar das Gefühl, dass die Eingeborenen mehr werden. Stärker vielleicht nicht unbedingt, aber es werden mehr. Also zumindest würde ich mir das fast wünschen. Vor allem mehr Mutanten, denke ich mal. Oder auch schon mal frühe Mutanten, dass sie gleich am dritten Tag da sind und so, hallo. Man sieht richtig, wie sich der Mond bewegt. Wenn du ganz ruhig mit der Maus bleibst. Der Boden bewegt sich. Achso, der Mond. Allerdings. Sieht voll fetter aus. Gut, dann kommen wir ins Häuschen ran. Dann beenden wir mal die Folge. Warum müssen wir die Folge nicht immer da drüben werden? Ich habe keine Ahnung. Das ist immer so ein Gleis. Kapinchen und so. Oh, das ist mein Essen. Okay, dann. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.